So, das ist jetzt die zweite Version von Mega Man X, wo ich, äh, den X-Buster nicht aus der Kapsel hole. So, diese Stelle hier muss ich leider rausschneiden, da ich, äh, ein bisschen zu sehr gespottet hatte und dann mir jetzt beschlossen hatte, das rauszuschneiden. Naja. Das stimmt, der Stein kann ja noch nicht. Peng! So, 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 so. Und ich werde auch halt eine etwas andere Reihenfolge spielen. Ja, ich denke mal, die könnte dann vielleicht leichter sein für mich. Auf jeden Fall fange ich auch noch mit Still Pinguin an. Ja. Dann mache ich vielleicht Memes. Oder vielleicht ist Storm E. Ich überlege es mir noch. Ich glaube, Storm E. Ja, und dann kann ich ja Flamers machen. Genau, so mache ich das. Storm E. Und dann nimmt Mammut. Pinguin, Adler, Mammut. Ja. Ich kann nichts leiden. Ah, darf ich noch nicht vergessen. Ja, ja, gerade erst durchgespielt und schon nicht lang gewinnt, ne? Wo kommst du her? Ja. Möglichst habe ich einschneidiert. Und der Nächste. Ich mache das jetzt so, dass ich parallel meine eigene Stimme mit Audacity aufnehme und das dann irgendwie zusammenschneide. Und mit dem Video über Sony Vegas Pro 9 B. Machst noch ein bisschen mehr Arbeit, aber ich kann da ein bisschen besser die Lautstärke einstellen. Apropos, ich könnte ja vom Stimmen ein bisschen lauter machen. Ja, dann habe ich jetzt bei 90. So, kommt jetzt ein Auto? Nein. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Auto. Ich hasse euch. Danke. Und das nächste Auto. Ich muss echt mal was in Lauf vor der. Ja, mir macht das Spaß. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Komm schon, mach schnell, mach mich schnell fertig. Komm, spuck endlich die Scheiße aus, da. Geht doch. Besseres Stück Altmetall. Dachtest du, kannst du mich besiegen? Nö, ich wusste, dass das nicht geht. Du, deine unendliche Energie, du Arschloch. Und der ist ja rumpf dich. Wie Nötchen. Denk ich bin ich stark genug, ihn zu besiegen. Ich sollte es nicht planen, ihn zu besiegen. Er ist als Kriegmaschine designt worden. Ich erinnere mich, du hast noch nicht deine volle Macht erreicht. Und alle deine Fähigkeiten, besonders mit denen du erstellt wurdest, sollst du stärker sein. Oder stärker werden, ja. Gleich warst du genauso stark, wie ich es bin. Ich werde schon mal vorausgehen und so viele Informationen zu sammeln, über Sigmas Fester, wie ich kann. Hä, wenn du jetzt hierherkommst, wenn du hierherkommst. Nein, keine Ahnung. See you later. Ich weiß, du kannst das. Ähm, ich fang einfach wieder, ich fang bei ihm an. 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 Wer geht's noch? Naja. Also irgendwo ist auch mal gut, oder? Ah, fuck. Ich vergesse jedes Mal, oder? Naja, naja, naja. Warte, kommst du echt nicht vorbei, oder? Das Eis zusammen, oder? Wird dir echt auf die Zwung. Ja, komm. Ja, ist gut. Warte. Ich heiße dieser scheiß Helikopterfächer. Ich heiße euch trotzdem. Ich heiße euch. Ey. Ich füge den Steherumann dämlich um. So. Wo? Scheiße. Na ja, na ja, na ja. Wow. Alter, geht's noch? Ich hasse schnell. Kein Bock drauf. So. Zeit dich zu massakrieren. Spreng. Spreng. Das war zu früh oder zu spät. Das war knapp. Das war so sauknapp. Kacke. Peng. Peng. Na ja, na ja, na ja. Peng. Peng. Du hast nicht mehr lange, Freundchen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du. Du. Nicht haben Chance. Du. Nicht machen mehr lang. Du. Zum Beispiel. Hinüber. Ist du. Du. Exitorts. Du. 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 und. Du. ll. Du. 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 Packt euch Sigma! Oder Weil! Meine Fresse! Hol' ich mir mal gleich nen Energiecontainer da oben? Krass, Krass, Krass! Was ist das? So, das war ich mir gerade hin. Great. So, und wieder ein Ausrichtungsteil mehr, zwei von vier. So, und wieder ein Ausrichtungsteil. So, das war für meinen Geschmack etwas zu knapp. So, und wieder ein Ausrichtungsteil. So, und wieder ein Ausrichtungsteil. Okay, Controller. So, diesmal nehme ich nochmal die Tür. So, ich wäre sonst immer den anderen Weg genommen. So, und wieder ein Ausrichtungsteil. So, und wieder ein Ausrichtungsteil. So, und wieder ein Ausrichtungsteil. Wo ist das Reicht? BUMM! Du bist selber schuld, wenn du mit volles Grafen reinfliegst! Ach ja! Ching! Ching! You get storm tornado! Und weg ist er! Und nochmal! Weg ist er! Boah, das war Zombie, gell? Hm... Dann... Machen wir... Ich bin ja! Ich bin ja... 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 Nein! Das habe ich verkackt. Ah ja. PP. Auch du Arschloch. Auch du Arschloch. Das war's. Lightwave. 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 Wow. Fick dich! Fick dich! Ich hasse diesen Gegner! Ah, zu ihm! Ich will den Spuk da keine Blödsinn mehr! Ich will den Spuk da keine Blödsinn mehr! Was war denn eben mit der Musik los? Ich will den Spuk da keine Blödsinn mehr! 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 Ich will den Spuk da nicht mehr Blödsinn mehr! Ach Mist! Ja! Es kommen wieder blöde Lichtdinger! Scheiße, ich muss gerade losballern Ich sag's, ich hasse die Viecher Meine Fritz, ey Ich mag ihn nicht, ne? Nö 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 Arschloch Nö 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 Nö